Das ist halt genau das Extreme Ownership als Führungskraft und deswegen ist es ja noch wichtiger als Führungskraft dieses Extreme Ownership zu haben, weil du dann eben nicht sagen kannst, ja aber das war doch klar, dass das ein Ziel ist oder dass das Priorität hat. Und dann wird halt das Teammitglied sagen, woher hätte ich das wissen sollen, aber das muss man noch wissen, weil das ist halt, ja also eben wie du es jetzt gesagt hast, weil du selber als Führungskraft hast vielleicht einen größeren Blick, aber wenn du nicht den Perspektivenwechsel machst, dann wirst du nie verstehen, dass andere Menschen natürlich nicht den gleichen Blick haben wie du und nicht die gleichen Informationen haben wie du. Und das führt ja dann auch wieder zu diesem Vertrauen schenken und wie man sich quasi Schritt für Schritt an sowas heranarbeitet. Da ist quasi auch sehr schön, vielleicht in einem 101 Gespräch erstmal die Frage zu stellen, wie, also quasi bei den Teammitgliedern erstmal nachzufragen oder nachzufühlen, mit wie teilst du dir denn selbst die Arbeit ein oder woher nimmst du in deinem Verständnis erstmal die Priorisierungen. Weil dann kann ich erst als Führungskraft eben, was du auch gesagt hast, dann kann ich erst meine Kommunikation und meine Erwartungen anpassen, wenn ich die Erwartungen der anderen weiß oder weiß, worauf deren Erwartungen passieren. Also ich kann halt nicht als Führungskraft dann, wie du sehr schön im Beispiel vorhin gesagt hast, ja, aber ich habe es ihnen gesagt. Ja, aber was hast du ihnen gesagt? Du weißt ja nicht mal, was angekommen ist. Also das ist ja, klar kannst du sagen, ja, aber das müsst ihr machen und vielleicht kommt bei den anderen an, ja, das ist halt eine Task, die wir machen müssen. Ohne, dass du gesagt hast, übrigens, das ist die wichtigste, weil du musst ja dann auch quasi erklären können, wieso das dann wichtig wäre, wenn das nicht das Team quasi selber sich priorisiert hat. Also da sind halt ganz viele dynamische Dinge drinnen, die aber alles erstmal in Verantwortung der Führungskraft sind. Also das muss man selber managen und das einfordern. Man kann nicht einfach erwarten, dass das von alleine läuft.